So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead und wir sind wieder mal an einem Tiefpunkt angelangt, will ich mal sagen. Wir haben in der letzten Folge einen Verwundeten, beziehungsweise er war noch nicht verwundet, wir haben ihn verwundet, als wir ihn aus einer Bärenfalle, ich glaube es war eine Bärenfalle, herausgeschnitten haben. Und die ganze Gruppe ist da nicht so ganz glücklich drüber, was man verstehen kann, denn wir haben nur 4 Essensrationen für 10 hungrige Leute. Und ich weiß nicht, wem ich sie geben soll. Wir reden erstmal mit allen. Ich denke wir sollten ihr auch eine Ration geben. Aber nicht vor allen anderen. Eigentlich habe ich schon meine Favoriten. Eigentlich möchte ich den Kindern was geben. Carly möchte ich was geben. Und Kennys Frau, beziehungsweise dem Verwundeten, ich weiß ja nicht, wem wir es da geben. Wir schauen. Wie geht's dir, Doc? Ich bin okay. Ich bin und Clementine, wir sind coloriert. Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht. Ein Hund? Nein. Oh, ich weiß, es ist ein Hund, oder? Nein. Du warst ziemlich wunderschön, wenn wir diese Leute in hier gebracht haben. Das ist, weil ich weiß, dass Mom kann sie schützen. Ich will wirklich erst mit allen reden. Das Ding funktioniert nicht mehr, hat es? Nein, nicht, seit es in der Drogenkarte verbringt. Ich werde dann nur aufhören? Ja, wenn das okay ist. Ich, ähm, ich brauche es. Es ist okay, hon. Du sagst, sie finden uns. Ich weiß, ich habe. Und bis dann... Look, äh, Clementine... Ich bin nicht dumm, Lee. Ich weiß, es ist nur pretend. Aber es macht mich fühlen besser. Okay, du gehst gut aus, dann. Ich werde. Wie geht's dir, Clementine? Alles okay? Ja. Ist das Mann okay? Ich denke, du bist gut. Oh, das ist gut. Ich bin so hungry, Lee. Ich hoffe, ich werde bald essen. Ich hoffe, ich werde bald essen. Ja. No, ich bin nicht. Drugstore? Ja. Lilly hat mir die Essen. Ugh, das kann nicht so einfach sein. Es ist nicht. Ich werde nicht alle, was ich tun kann. Was soll ich tun? Well, if you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry gets some food. You know, that guy can be a real dick sometimes. On the other hand, giving that food to Kenny and his family might make him remember you, if he decides to take off in that RV one day. What about you? You need food too. We all need food. I can't tell you what to do. But whatever happens, I know you'll be trying to do the right thing. Thanks, Carly. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen nach Kenny richten. Back in a bit. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch Doug was geben. Andererseits möchte ich Carly was geben. Ich weiß nicht. Hey, is my friend gonna make it? I don't know, but Kaja will do her best. I promise. I can't believe you chopped off his leg. There was no other way. So who are you people? Our group's gonna wanna know. I'm Ben. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker. The band director at my school. We all came down from Stone Mountain for the playoffs. When... When everything happened. How you holding up, kid? Uh, well, I, uh, I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of, I don't know, something. I'm sure you did all you could. Yeah, maybe. Relax. We'll get your friend back to normal in no time. I sure hope so. Hmm. Reden wir mal mit Kenny. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure that's the best idea. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Yeah, but he was leaving to find his friends. Your family's right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us. You and Clem. Eigentlich klingt es nach einer guten Idee. The coast does sound like a smart idea. Maybe that is the best thing. I know that it is. I'm taking my family. Maybe we should think about leaving the motel. God, not you too. I know Kenny wants to leave. I think that's why he's so eager to get the RV working. But this is a good spot. We're protected. We're close to the drugstore. We have a routine now and it's working. For now. We should talk about you and Kenny. What about us? They're arguing. It's getting pretty out of hand. You know people notice that. Look, I'm working my ass off to make sure we have a good setup here and Kenny just doesn't appreciate that. All we need is food. But there is no food. You know that better than anyone. Well, we'll just have to find some. Keep an eye out. Fine. Tja, wir werden mal die beiden da hinten am Zaun noch begutachten. Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there. Having to cut that guy's leg off. Yeah. I just hope Kodja can save him. You ever miss the Air Force base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. You saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. Lily's pretty pissed at us. Listen, I know her intentions are good, but... But nothing. She's making the smart choice. Those parasites you guys brought back need to go. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Das scheint so dazwischen passiert zu sein, aber... Nun gut, Mark ist jetzt hier. Ich vertraue Larry nicht, aber... Gut, was will er mit der Axt schon einstellen? Gut, was will er mit der Axt schon einstellen? Ich versuche nicht zu viel Musik. Ja, ja, wir sind nicht dumm. Komm, Larry, gib es ein Rast, Mann. Dinge sind unterschiedlich. Being ein Räßes ist verabschied. Oh, und das ist das, was du denkst? Das ist das, was du ihm gesagt hast? Fertig. Fertig. Das ist nicht, was ich meinte. Nein? Dann, was du meinst? Okay, wir gehen einen Schritt zurück. Vielleicht sollten Sie beide deinen Distanz halten. Okay, mit mir. Nicht gut. Nicht gut. Aber... Ehrlich gesagt, möchte ich Larry kein Essen geben. Und Mark kenne ich auch noch nicht so gut. Ich möchte, äh... Zuallererst eigentlich mal Clementine was geben. Und da gibt es noch nicht so gut. Oh, ähm... Und Doug möchte ich eigentlich auch noch was geben. Hey, Doug. Wie about ein bisschen Essen? Hier. Carly möchte ich eigentlich auch noch was geben, aber ich möchte es eigentlich erst Kenny noch was geben. Denn Kenny ist unsere... Beste Chance. Jetzt können wir entscheiden, ob wir es selbst essen oder jemand anderes geben. Ich... Oh, einige dieser Leute haben länger als ich ohne Essen. Sie sind diejenigen, die es brauchen. Ja. Und ich weiß eigentlich auch... Ich... Ich... Ich wüsste jetzt gern, wie ich mich das gebe. Ich würde es gern Carly geben. Mich würde es aber genauso gut... Katja geben. Oh Gott. Was mache ich? Was mache ich? Das ist... Das ist scheiße schwierig. Wirklich. Vor allem, man kann es nicht rückgängig machen. Das ist so eine Kacke. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cliffhanger und machen das in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.